Stimmt es eigentlich, dass unser Trinkwasser hinten aus dem Klärwerk kommt? Natürlich nicht, denn dafür haben wir Wasserwerke. Das gereinigte Abwasser hier von der Kläranlage leiten wir in die Oberflächengewässer und fügen somit wieder dem natürlichen Wasserkreislauf hinzu. Denn dort fließt das Wasser durch viele Wohn- und Gesteinsschichten wieder ins Grundwasser hinein und erst dann fördern unsere Wasserwerke das Wasser aus dem Boden wieder an die Tagesoberfläche. Was bist du schon mal in einem Wasserwerk?